Sora, Donald, Goofy! Ha! Hu! Ho! Nimm das! So! Hier! Oh! Oh! Es ist zwecklos! Danke! Tada! Das sieht nicht gut aus. Zugabe! Überlass das mir! Alles klar! Bin ich dran? Jetzt wird geschrien! Oh! Sora, Donald und Goofy! Willkommen zurück! Und frohe Weihnachten! Ja, natürlich! Halloween-Grüße von Jack Skellington, dem Kürbiskönig! Pardon, aber ich bin in Weihnachtsstimmung. Ich will dieses Jahr der Meister der Weihnacht sein. Und brauche dazu Niki Graus Segen. Deshalb bin ich unterwegs ins Weihnachtsland. Sind das nicht tolle Dekorationen? Dieses Jahr gehört Weihnachten uns! Aber zuerst müssen wir Sally besuchen. Sie arbeitet an etwas, ohne dass kein professioneller Weihnachtsmann auskommt. Kommt mit, ich zeig's euch! Los, Beeilung! Hallo Doktor, wo ist Sally? Oh! Sally, bist du fertig geworden? Ich will es meinen Freunden zeigen. Oh! Na, kein Problem. Solange es bis Weihnachten fertig ist... Ich muss los! Ich muss so schnell wie möglich Niki Graus treffen! Es war schön, euch wiederzusehen! Bis bald dann! Gehören diese seltsamen Kameraden auf dem Platz zu euch? Na, diese Spaßbremsen, die einem Halloween und Weihnachten versauen, wie heißen die gleich wieder... Herzlose? Auf, ihr Leibwächter! Zum Weihnachtsland geht es da lang! Die Tür liegt im Wald, gleich hinter dem Friedhof. Hier ist sie, die Tür zum Weihnachtsland. Der alljährliche Halloweenspuk kann mit der Zeit etwas ermüdend werden. Ich hab mich nach was Neuem gesehnt. Und das hier gefunden! Hinter dieser Tür liegt eine weiße Welt voller Wunder, wie ihr sie noch nie gesehen habt! Zuerst konnte ich meinen Augen nicht trauen. Alles war so neu und spannend! In seiner Fabrik? Wollen wir? Zum Gefecht, meine Freunde! Da ist das Haus von Niki Graus. Stehe ich auch auf der Liste? Jack Skellington aus Halloweentown? Ich wasch meine Hände in Unschuld! Oh! Das sind Furcht, Angst und Schrecken! Sie sind Halloweentowns schlimmste Racker! Äh, Niki Graus, eigentlich wollte ich mit dir zuerst über Weihnachten sprechen. Ähm, schön, na gut. Och, Ugi! Was hast du mit Niki Graus vor? Wow! Sehr gut! Jetzt kann mein Weihnachtsfest kommen! Wunderbar! Einfach perfekt! Danke, Sally! Aber ich gebe einen tollen Weihnachtsmann ab! Ich dachte nur, dieses Jahr könntest du dich endlich mal ausruhen. Du bist doch sicher immer ganz erschöpft von den Vorbereitungen und brauchst Urlaub. Und ich sehne mich mal nach einer Abwechslung. Du hast recht! Ja, ich bin der Meister des Spuks! Und wenn Halloween zur Routine wird, muss ich mir nicht ein neues Fach suchen, sondern sie mit neuen Ideen zum Schreien bringen! Wie wahr? Oh! Was ist das? Jedenfalls etwas zu festlich für unser Halloween! Perfektes Timing, die Herren! Geht mir doch bitte mal zur Hand, ja? Diese Geschenke müssen Niki Graus gehören. Ich dachte, ich gebe sie ihm zurück. Natürlich, Sora! Meine Weihnachtsträume sind Schnee von gestern, wie du weißt! Was davon? Ist doch bloß ein Gewand! Ich will damit nur Sallys Mühen würdigen! Los jetzt! Wir haben zu tun! Aus Halloweentown! Du brauchst sie doch für Weihnachten, oder Niki? Aber Niki, du glaubst doch nicht, dass ich... Ich dachte eben, ich zieh mir was Passendes an. Aber wenn du mir nicht glaubst, dann müssen wir eben rausfinden, wer es wirklich war! Auf geht's! Sora, Donald, Goofy, los! Ihr habt die Geschenke geklaut, stimmt's? Sally hatte recht! Wir müssen die Geschenke zurückholen! Wie schade! Es war ein so wunderhübsches Geschenk! Noch nicht ganz! Keine Sorge, ich erledige den Rest! Da bin ich wieder! Mein Plan ist genial, keine Sorge! Oh ja! Und ich habe noch eine tolle Idee! Wenn wir den Dieb für dich schnappen, dann wird mir die Ehre zuteil... Nächste Weihnachten, die Geschenke auszuliefern! Was soll das? Lass mich los! Geduld, meine Freunde! Genial, was? Hä? Dr. Finkelsteins Schöpfung ist der Dieb! Geschafft! Das Geheimnis ist gelüftet! Natürlich! Der Dieb! Es war eine Marionette, die Dr. Finkelstein erschaffen hat! Niki Graus! Ho, ho, ho! Was? Das hier? Aber es hat keine Schachtel! Auch keine hübsche Schleife! Richtig! Natürlich! Danke, Sally! Du hast völlig recht! Wartet! Was ist mit mir los? Ich fühle mich so komisch! So aus dem Nichts glücklich! Wirklich? Dieses wunderbare Gefühl? Ach, Sally! Du hast mir das schönste Geschenk der Welt gemacht! Und ich habe nichts für dich! Was möchtest du haben? Sag's einfach! Egal, was es ist! Aber darum musst du mich nicht bitten, Sally!